Herzlich willkommen in meiner neuen Folge Frag Bianca. Heute reden wir über den Energieausweis und als Gast habe ich Ralf Jurisch, Rechtsanwalt für IT-Recht, eingeladen, damit er uns etwas über das Thema der Veröffentlichung und der Offenbarung eines Energieausweises erklären kann. Herr Jurisch. Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Bommes-Hüsken. Nach der Energieeinsparverordnung aus dem Jahre 2014 ist es verbindlich, das heißt verpflichtend für die Verkäufer und Anbieter von Wohnraum, egal ob Verkauf oder Vermietung, einen Energieausweis vorzulegen. Diese Verpflichtung ist auch Bußgeld bewährt, das heißt die Ordnungsbehörden können stichprobenartig überprüfen und dabei feststellen, ob der Energieausweis erstellt worden ist und vorgelegt worden ist. Bei einer Bewerbung der Immobilie im Internet zeigt es sich natürlich sofort, ob mit einem Energieausweis, ob der mitgeteilt wird, angegeben wird oder ob ein solcher Hinweis fehlt. Das heißt für die Behörden, die diese Ordnungswidrigkeiten verfolgen, ist es leichter, schwarzen Schafen auf die Spur zu kommen. Im Übrigen ist der Energieausweis für den Mieter, aber auch für den Erwerber einer Immobilie natürlich aussagekräftig, weil er ja nicht nur eine Aussage über den mutmaßlichen Energiebedarf des Hauses liefert, sondern auch eine gewisse Planungssicherheit ermöglicht und Informationen bereitet zu der Frage, welche Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten möglicherweise unternommen werden müssen oder welche Problemfelder bei dem Erwerb einer Immobilie gar nicht mehr betrachtet werden müssen, weil hier die Probleme zum Beispiel Heizungsanlage, Dachbereich, geklärt sind. Herr Jurisch, mit welchen Kosten hat denn ein Eigentümer dabei zu rechnen? Mit welchem Bußgeld? Die Höhe des Bußgeldes hängt natürlich vom Einzelfall ab. Gleichwohl können die empfindlich sein, denn es geht bis zu 15.000 Euro pro Einzelfall. Das heißt, man muss die Art der Bewerbung oder der unterlassenen Hinweispflicht berücksichtigen. Bei einer einfachen Zeitungsanzeige, da wird ein Hinweis auf einen Energieausweis, der vorliegt, genügen. Wenn ich ein Objekt mit Bildern und weiteren Detailangaben bewerbe, dann werde ich den Energieausweis mindestens in Kopie angegeben haben, dass der interessant schon konkrete Vorstellungen hat. Wenn sowas unterlassen wird, ist das sicherlich auch schwerwiegender. Und im Wiederholungsfalle können diese Bußgelder dann auch je nach Fall deutlich gesteigert werden. Also mehrere Tausend Euro sind da auf jeden Fall mit einzukalkulieren. Und das kann empfindlich werden. Ja, dann allerherzlichsten Dank für die heutige Information zum Thema Energieausweis. Wir bestellen natürlich für unsere Kunden die Energieausweise rechtzeitig. Und wie man an einen Energieausweis kommt, das zeige ich in der nächsten Folge. Vielen Dank.